Er bewegt sich! Was wollte er denn? Ja, er wollte zeigen! Er wollte gerade die Pommesgabe machen! Und da hat sie ihn dann in zwei Hälften geschossen! Er muss doch gucken, wo er hinläuft! Er kann nicht! Schon wieder! Die Explosionsanimation ist sehr kühl! Jetzt ist so zwei Fleischbrocken wegfliegen! Ja! War's das jetzt, oder wie? One-Shot! Das ist nicht! Die scheiß Axt rumzimmelt sich! Ja! Ja! Ich geh wieder nach Hause jetzt! Ja! Ja, komm! Ja! Ja! Da hat er erst mal geguckt! Ja! Ja! Hä? Mein Schild! Ja! 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 Wir haben die Ecke gekommen! Guck ich! Ja! 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 Mann! Ja! 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 Áer neben schieb! Äh daneben schief! Das liegt recht, links, rechts! Oh! Hetz! Jawoll! Applaus! Applaus, applaus, applaus! Geh der letztens noch weiter! Loll! Geil! Ja, was ist jetzt hier? Ich geh mal ködern Oh, scheint wohl zu Ende Ich bin aber noch nicht abgelaufen Oder hat sich wieder irgendwo einer versteckt Oh oh, oder du brauchst das nochmal Oh ja, wer weiß Geil Und schauuut Von hinten Nice 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 Nee Nee Ja Ah, dein Gesicht Äh, Schicht Ah Nicht anfing an Toll Jawohl, Mana Hält sich wies Ja Mann Rechts aber Oh, lol War so klar War so klar Au Was ist denn mit deiner Glatze? Nice Wer mich abschüppelt So, jetzt Feierabend hier, bitte Ich wär mal stark dafür Ja, mach mal, eh, mach Ja, ich komm Oh, ja Ist vorbei Zwischen Gold für die Kasse Wie sich der Bogen mitdreht, denn du Ähm, Kadek? Und Schuss Oh, das ist Äh Ja, geil Weil ich nicht, äh, Nahkämpfer bin っ Turn the enemies weapons against the dragon That Willst du mehr zur Weis machen, dass man das Reflektieren kann mit dem Schild oder ... 9, das sind Ballisten Wo Achso, ja, nein, ja, ich schüpp mich mal nicht durch die Gegend, Junge. Eintreffer. Ah. Aus. Na, warte. Stell dir doch mal ran. Ja, dann muss ich die ganzen Leute. Ja, will ich ja, aber. Oder neben, oder? Jetzt hat er mir aber hart gegeben, du. Ja, hilft das, okay. Au. Ach, au. Ich hab da mal ne Frage. Auf wen guckst du denn, bitte? Auf den Drachen. Auf welchen? Gibt's mehr? Aua, ich geh grad auf den Sack. Pasch, finde doch. Was ist denn der Drache? Boah, hier. Da oben. Ja, da kann ich nicht hinziehen, geil. Hab ich. Oh. Ich hab's nochmal geschossen. Jetzt wird die scheiß Skelette dran. Ja, ab, A.D. Oh, oh. Komme. Das Team mal in Ruhe, bitte. Danke. So, meiner. Mal schwindet doch. Krass mal, ey. Wo kommen die halt alle her? Oh, ich bin weg. Tja, ja, alles safe. Alles safe. Ich hab... Zwei nicht mehr... Aua, ich hab das Schild noch von oben. Keine Schock. Einmal noch. Alter Schwede, ey. Geil, aber jetzt haut er uns nicht ab. Ja. Sag Bescheid auf den Film, ich kann hier nix machen. Ich kann auch gar nix machen. Scheiß Vieh. Wie mich das Skelett hier verhaut, Mann! Ich hör dich, ey. So, ah, Mann. Schieb bitte. Ja, ich... Ich komm hier nicht an die scheiß Garten ran, weil das... Lett mich wegdruckt! Ja, und geil, ich mach dich mit der Drache weg. Ihr seid alle so behinderte, Leute! Ja, geil, ich bin stuck. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich hab ihn vielleicht kennen. Ah, Potions, ja? Ja, geil! Wo ist der scheiß Drache? Ja, nice! Ich hab ihn gerade anvisiert. Ah! Mach mal Mr. Flip, bitte! Mr. was? Geh mal zur Alaba-Liste. Ich bin gleich weg, deswegen. Ja, ich auch. Einer sollte jetzt sterben von uns, bitte. Sonst war's das hier. Nein! Fuck. Fuck, wirf das Ding! Ich glaub's nicht. Ganz ehrlich! Und nochmal den Drachen. Ganz ehrlich! Ja, das war... Für die... Für die ganzen roten Skelette habe ich einfach nicht genug Morner. Ich kann sowieso nichts gegen die machen. Mit Nahkampf. Ja, aber ich... Ja, aber ich ja nicht. Und wenn ich da in der Ecke bin, von zwei Dingern... ... ... ... ... ... ... ... So, eine Live-Potion fehlt mir noch. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Geil. Geil. Ich komme. Ich komme. Ich mache es schon. Jetzt ziehen wir da hin jetzt. Aber Dali. Ich treffe ihn von hier auch nice. Ja, ja, ich schieße schon. Ja, nice. One shot, last shot. Jawohl. Bitte? Jetzt. Ja, nice. Ich wäre mir ganz freundlich, wenn er mich nicht über die Scheiße... ...klimit zubelst. Ja, die roten Skelette kriege ich auch mit dem Bogen nicht weg. Ja, ich arbeite dran. An den roten. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Kühl, versch... Geil. Nein, endlich. Ich bin so nach links gestraft und war eigentlich schon an ihm vorbei. Habe auch noch geschossen und genau in seinen Flügel. Ah, nice. Ist ja auch beim ersten Mal schon klappen können. Ich scheiß Gelöte hier. Ey, Junge, Junge, Junge. Müsste er jetzt Chapter 6 angefangen haben? Ja. Wirklich spannend auf den Impos. Ja, das ist dann der Macker, der sich gegen den König gewendet hat. Ja. Soll er mal machen. Soll er mal fertig mit laden, ey. Ich will meine Wut entladen. Höh. Ja, wufft ihn auf. Hehehe. Oh, nein. Da kann man ruhig mal das Schwert geben. Dann soll er mir mal seinen Stone geben. Tja. Und er macht jetzt mal Mr. Hulk, ey. Oh. Ja. Auf mal rum mit dem Drachauge. Ach, ja. Ach, ja. So. Hier liegt es aus wie so ein Rest vom Alien. Also. Aus dem Film, Alien. Ho, ho, ho. Nein, wir sind nicht bei Dead Space. Ja, ich habe keine Attacke von denen wirklich gebraucht. Ich werde noch den N-Wage mitnehmen. Bitte weiter! Ja, ja. Ja, ja, heißt... Bleck mich im Arsch! Ich frage mich! Wie sehen Sie gut aus? Frau Hans! Ja! Wo ich gesagt habe, war es zu spät. Oh nein! Vergiss es! Alter, ey! Hast du dir mal die Masten angeguckt, die da kommen? Ja! Wieso habe ich keinen Mann noch mehr? Wieso habe ich keinen Mann noch mehr?! Alter Leute! Mieb-Manna! So!